Heute zeige ich euch in fünf einfachen Schritten, wie jeder Sauerteig selber zu Hause herstellen kann. Glaubt ihr nicht? Na, dann schaut euch das Video an. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wobei, tatsächlich stimmt das heute nicht. Es geht um diesen Kollegen, den Sauerteig. Ich habe euch schon mal ein ganz vollständiges Video gezeigt und möchte aber noch mal einzelne Schritte durchgehen. In diesem Video geht es nur darum, wie man in fünf Schritten den Sauerteig herstellt. Und du kannst, um dieses Anstellgut selber zu Hause zu machen, jedes Mehl oder auch Pseudogetreide verwenden, was du möchtest. Es klappt sowohl mit Gluten wie Weizen, Roggen und Dinkel als auch glutenfrei, wie zum Beispiel mit Reis und Buchweizen. Hier habe ich jetzt 100 Gramm Mehl und gebe dazu 100 Gramm Wasser. Das ist direkt aus der Leitung, hat Zimmertemperatur und darf auf keinen Fall zu heiß sein. Hier hinten mache ich eine flüssige Variante. Das sind 50 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser. Und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten unter diesem Video. So, das Ganze verrühre ich so gut, dass da keine Mehlklümpchen mehr sind. Und wichtig ist, wenn ihr einen Sauerteig herstellt, dass ihr wirklich sauber arbeitet. Ich spüle hierfür meine Gefäße heiß aus, lasse sie dann abkühlen und beginne dann. Alternativ könnt ihr sie aber auch zum Beispiel bei 100 Grad in den Backofen geben. Achtet da am besten auf die Angaben des Herstellers eurer Behälter. Weckgläser eignen sich auch sehr gut oder auch diese kleinen Glasgefäße, wie ich sie jetzt habe. Selbstverständlich könnt ihr auch so Plastikgefäße nehmen. Ich bin da kein so großer Freund von und es kommt natürlich auch darauf an, wie hochwertig das ist, damit sich da nicht irgendwelche Stoffe lösen. Metallgefäße gehen selbstverständlich auch. Ich habe früher tatsächlich gedacht bzw. bin dem Mythos entlegen, dass man Sauerteige nicht mit Metall berühren darf. Das ist totaler Quatsch. Ihr könnt das sowohl mit Metallbesteck als auch in Metallschüsseln machen. Das klappt ganz wunderbar. In Glasschüsseln finde ich das aber am optimalsten, weil ihr dann nämlich sehen könnt, wie sich der Teig entwickelt, ob er schon Bläschen wirft oder nicht. Aber das entscheidet natürlich selber. Alles Equipment, mit dem ich arbeite, findet ihr unten unter diesem Video. Es eignen sich aber auch wundervoll alte Gurkengläser zum Beispiel. So, wenn der Teig umgerührt ist, decke ich ihn ab mit einem ganz normalen Deckel hier jetzt in dem Fall. Und dann steht er zwölf Stunden bei Zimmertemperatur. Danach gucke ich mir die Teige mal an. Hier links die feste Variante. Hier rechts einmal die flüssige. Bei der rechten Variante hat sich ein bisschen die Flüssigkeit abgesetzt. Das ist aber nicht so dramatisch. Beide werden jetzt einmal umgerührt. Das hilft nochmal der Schimmelbildung entgegenzuwirken. Deswegen kurz bewegen. Ähnlich wie beim Hefewasser. Das ist ja die selbst hergestellte Hefe. Da schüttel ich es morgens und abends auch nochmal eben, damit sich da nichts bildet. Und auch hier wird eben einmal umgerührt. Ich habe für jede Variante ein eigenes Besteck benutzt. Und alle Angaben, womit ich arbeite, alle Schritte hier für diesen Sauerteig, habe ich nochmal unten unter diesem Video, damit ihr das in Ruhe nochmal nachlesen könnt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch. So, Teige sind nochmal durchgerührt. Ich mache hier einmal den Deckel drauf und schon kommen wir zum dritten Schritt. Ihr seht super einfach und bei fünf Schritten haben wir schon jetzt die Hälfte. Ich habe hier jetzt nochmal das Mehl und zwar jeweils 50 Gramm. Hier ist die flüssige Variante. Jetzt langsam setzt die Gierung ein. Es beginnt ganz leicht säuerlich zu riechen, ist aber auch kein Muss, aber meistens fängt das so langsam an. Ihr könnt es gleich nochmal bei der festen Variante sehen. Bei der flüssigen Variante ist es so, durch die Oberflächenspannung kann die Kohlensäure bzw. können die Gase besser entweichen. Deswegen sind da nicht zu viele Luftbläschen. Bei der festeren Variante, das seht ihr jetzt hier, guckt mal, da könnt ihr die Luftbläschen erkennen. Das sieht doch toll aus, oder? Und das schon nach nur zwei Tagen. Ich bin echt begeistert. So, hier einmal das mal umrühren. So, beziehungsweise ist es sogar nur ein Tag. Es sind halt zwei Schritte. Das hier jetzt auch hinzugeben und danach kommt nochmal das Wasser. Ihr seht, das funktioniert super einfach. Ich habe nochmal eine Turbo Variante, die geht innerhalb eines Tages, dass ihr einen Sauerteig herstellt, mit Hilfe meines Hefewassers. Ich verlinke euch das Video ganz zum Schluss nochmal eben. So, und bei der festen Variante gebe ich jetzt nochmal 50 Gramm Wasser hinzu. Rechts bei der flüssigen sind es 100 Gramm Wasser. Auch das hier wird nochmal gut umgerührt. Und wichtig ist, wenn ihr Sauerteig herstellt, auch wenn das jetzt hier so gering aussieht, schaut, dass ihr große Gefäße nehmt. Ihr seht auch gleich warum. Denn das hat schon ordentlich Wumms, schon am zweiten Tag. Einen Moment, jetzt rühre ich den hier erst nochmal ordentlich um. Bei den Temperaturen kann ich euch sagen, Sauerteig fühlt sich am wohlsten bei 25 bis 30 Grad. Das heißt, es lässt sich richtig schön herstellen. Sollte es bei euch zu kalt sein, ich verlinke euch übrigens auch mein Thermometer. Das ist wirklich sehr hilfreich, gerade am Anfang. Das kann man so hinstellen und das zeigt immer die aktuelle Temperatur an. Wenn es bei euch zu kalt ist, dann funktioniert das meistens auch. Es kommt aber immer auf die Bakterien an. Das heißt, je höher die Temperatur ist, desto mehr Essigsäurekulturen bilden sich. Das heißt, der Sauerteig wird extrem sauer. Wenn ihr milder fühlen wollt, dann muss der ein bisschen niedriger geführt werden. Ich verlinke euch da auch nochmal ein bisschen was dazu. Das könnt ihr nochmal unten in der Videobeschreibung sehen. So, ich habe das jetzt hier ordentlich abgedeckt. Zack, Tuch nochmal eben drauf. Das ist jetzt so mein Bienenwachstuch. Auch nochmal hier die flüssige Variante. Und das passiert, wenn die Gefäße zu klein sind. Innerhalb der 24 Stunden, die der Teig jetzt ruhen sollte, ist der mir komplett aus der Schüssel gesprungen bei der festen Variante. Deswegen habe ich ihn zwischenzeitlich umgefüllt und habe das aber gefilmt, dass ihr seht, das hat alles mit rechten Dingen zu tun. Und diesen Überschuss, den habe ich auch noch dazu gepackt. So, nach diesen 24 Stunden könnt ihr sehen, der Teig war schön hoch gegangen, ist wieder ein bisschen eingefallen. Der hat nämlich Hunger, der braucht noch ein bisschen wieder Kraft. Und das gleiche bei der flüssigen Variante. Auch hier ist das recht hoch gekommen. Also geben wir jetzt nochmal eben wieder Mehl hinzu. Wir sind jetzt schon mal im vierten Schritt. Ihr habt es fast geschafft. Ich gebe jetzt hier bei der festen Variante 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser hinzu. Die flüssige Variante hinten bekommt 100 Gramm Mehl und 150 Gramm Wasser. Und da mir das jetzt auch in diesem Müslibehälter zu knapp wird, packe ich das jetzt auch in eine größere Schüssel und fülle das einmal um. Bei der flüssigen Variante kann ich sehr empfehlen, beim Füttern zuerst das Mehl hinzu zu geben, zu rühren und danach das Wasser hinzuzufügen. Dann ist das ein bisschen einfacher mit der Klümpchenbildung, also dass die sich nicht bilden. So und auch hier einmal schön umrühren. Kennt ihr übrigens die flüssige Variante? Die ist ja hier in Deutschland noch gar nicht so verbreitet. Ich weiß zum Beispiel sehr begeistert sind die Franzosen darüber. Die Italiener machen das auch. Da gibt es diesen Lievito Madre in flüssiger Form. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, das würde mir wirklich sehr interessieren. Und ich werde euch hier auch nochmal ein paar Rezepte zu zeigen zur flüssigen Variante. Zum normalen Sauerteig habe ich natürlich auch schon gezeigt und das verlinke ich euch nochmal am Ende diesen Videos. Da habt ihr wirklich nochmal alles. Informationsvideos zum Sauerteig und aber auch nochmal leckere Rezepte. So, dann nochmal nach zwölf Stunden. Es hat sich bei der flüssigen Variante nochmal ein bisschen mehr Flüssigkeit abgesetzt. Der Teig hat Hunger, das heißt, er ist jetzt wirklich bereit nochmal gefüttert zu werden und kriegt jetzt nochmal 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser. Schön umrühren. Das Ganze bleibt dann nochmal für 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und danach könnt ihr direkt damit backen. Wichtig, viele sind ein bisschen überfordert von der Menge an Stellgut. Lasst euch da nichts ins Boxhorn jagen. Bei den meisten Rezepten sollt ihr euer Anstellgut selber nochmal eben von der Menge erhöhen. Das braucht ihr dann in dem Fall nicht. Ihr nehmt dann einfach, wenn ihr 250 Gramm Anstellgut benötigt, das dann von diesem hergestellten. Am Anfang braucht ihr auf jeden Fall noch Hefe zur Unterstützung. Da empfehle ich euch die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Ich verlinke euch oben rechts nochmal die Playlist dazu. Hier sind noch alle weiteren Videos, die euch interessieren können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Eure Emma. ruhig, ruhigkl outreach. Schönen Börめ mal. und sehr ruhig. Schönen Bör Perfviстиben sind ebenso Zeit am Zimmertemperatur.